Hallo liebe Freunde des Staatsorchesters! Heute im Wohnzimmerkonzert habe ich für all diejenigen was, die schon jeden Küchenschrank aussortiert haben und jetzt dabei sind, die Bücher nach Farben zu sortieren oder ihren Haustieren sprechen beizubringen. Für euch habe ich heute den ersten Satz der zweiten Solosonate von Eugène Isai für Violine mit dem passenden Titel Obsession. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018